Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anno und irgendwelche Feuer verwüsten meine Stadt. Ja, jetzt darf der Werte Mosthof auch dran glauben, weil hier diese Trebuchets sind und ja, so ein bisschen abgehen. Aber wir werden jetzt hier versuchen, dieses Ding hier noch zu zerlegen zumindest, bevor unser Turm zerlegt wird. Ich schätze unsere Chancen aber auch ganz gut ein. Moment, könnte doch klappen. So, Hauptsache wir kriegen weiterhin gut Gold, das ist bislang noch okay und wir brauchen unbedingt mehr Most. Ich hoffe, die Mostproduktion startet jetzt wieder. Ja, wir kriegen jetzt ein bisschen mehr, aber auch nach wie vor nicht so wahnsinnig viel. Also ich glaube wirklich, ich sollte da einfach sagen, hier, wir bauen Mosthöfe, Mosthöfe, Mosthöfe und dann kann ich ganz viel Proviant raushauen. Das war unklug platziert. Das wäre besser hier. So, dann passt das nämlich perfekt da rein. Das ist doch super geil. Und das ist ein Markthaus. Das wird ausgebaut. Da ist auch ein Markthaus, das könnten wir auch ausbauen. So, weiß ich nicht, warum ich das mache, aber... Oh, und wir kriegen Glas. Weiß ich auch nicht, warum ich das mache. Aber na gut. Machen wir einfach. So, hier brauchen wir... Ja, also Lederwämser, das war ein Fehler von mir, diese mittleren Rationen herzustellen mit Lederwämsern. Das war ein großes Problem. So, das ist auch Marie d'Atois in mir, ne? Marie d'Atois. Ja, die hat hier 10.000 Inseln, aber sonst irgendwie nix. Nun ja. Gut, schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Ansonsten... Warte, was ist hier? Nö, hier sind erstmal keine feindlichen Truppen mehr. Okay, und wir haben auch dieses Lager hier erstmal. Und die erholen sich dann noch von ihrem Schammützel. Und hier können wir ein neues Lager ausheben. So, gehen wir da hin. Oh, da kommen auch schon die nächsten wieder. Ganz großes Kino. Ganz großes Kino, dass er schon wieder den nächsten kommt. Ja, ich brauche unbedingt Rationen. Ich bin der... Du bist der größte Ghetto-Typ der Welt. Ich fasse es nicht. Wir flüchten nicht. Was ist denn hier los? Hier sind wir! Die Schiffe des Kardinals haben uns in die Enge... Die Besatzung der feindlichen Schiffe nimmt Aufstellung. Mein Gott! Ja, aber wie soll ich das denn machen? Also gut, ich könnte natürlich theoretisch hier oben eine Werft bauen. Das könnte man überlegen. Hier eine Werft zu bauen. Wo haben wir denn hier eine Werft? Eine Hafenmeisterei? Einer ihrer Betriebe stellt keine Wagen. Ne, wo haben wir das denn? Da, kleine Werft. Das könnte man natürlich überlegen. Hier mal hinzusetzen. Und dann hier ein paar Schiffe zu bauen. Das könnte man machen. Aber ich bin mir noch nicht so sicher. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob das so von der Folge gekröntet ist. Ja, durch das mal an hier. Ja, klar. Wie läuft ihr euch auf den Weg? Okay, die schießen da erstmal schön drauf. Das ist gut. Das sollen die mal weiterhin machen. Was nun? Wir sind unterwegs. Aufbruch! Okay. Ja. Wir müssen erstmal hier Unterstützung leisten. Unterstützungsarbeit. Hier noch ein Türmchen hinbauen. Nicht genügend Goldmünzen. Verdammt. Jetzt brennt der Turm. Jetzt brennt der Busch. Das ist nur ein 72 hier. Ein Gegner hat sie besiegt. Ein Gegner hat sie besiegt. Ja. Komm, ey, ganz ehrlich. Jetzt habe ich doch schon fast die ganze Karte abgesucht. Wo soll der denn noch sein? Eines ihrer Gebäude ist Ziel eines Angriffs. Ja. Okay. Was nun? Ja, das wird kein Zuckerschlecken hier. Ja. Ja. Okay. Ihr wünscht? Euer Buffet. Die greifen hier komplett am Ende alle an, ne? Und die sind noch nicht mal in der Nähe. Das ist echt bitter jetzt hier. Kümmert euch nicht um die Stadt. Sie wird von meinen Schiff versagt. Haltet nur den Bergfried. Moment, wieso? Wieso? Die kleinen Herrlager sind ja viel sinnvoller. Hä? Wie dumm ist das denn? Die sind, die sind zwar, die haben drei Angriffskraft zwar nur, aber Zwei, die kosten nur 1000 Gold. Und die kosten 3000. Und haben dafür nur die doppelte Angriffskraft. Hä? Wie dumm ist das denn? Ja, das ist ja sehr doof. Ja, Lucius Kreuzfahrer. Ganz ehrlich. Wo soll denn der, der komische Typ sein hier? Ähm, ja. Wenn nicht die Cardinal Lucius Schiffe. Klar, machen wir. Machen wir mit links. Kein Problem. Ansonsten nichts. Ach, die bauen jetzt hier auch noch. Achso, das ist ja sowieso kein Lager, was hier ankommt. Warum? Sind die denn so stark? Ach, jetzt wird hier auch noch ein Turm angegriffen. Wie lautet euer Bezehlt? Hier, kommt. Ihr seid jetzt da. Sind auf dem Weg. Dann bitteschön unterstützen hier. Aber sofort. So, und kann ich jetzt hier endlich ein paar Rationen? Mann, ich glaube, weil das sind da nämlich echt das größte Problem, dass ich keine Rationen hatte. Das hat mir ein bisschen das Genick gebrochen. Wo ist denn mein anderer Ressourcenhof gewesen, wo ich das Tier gemacht habe? Das habe ich jetzt auch schon wieder vergessen. Toll. Schon wieder aus den Augen verloren. Ich habe doch extra noch einen gebaut. Ah, hier. Okay. Ach, dafür brauche ich natürlich noch mehr Kleidung. Ah, na toll, ich brauche noch Hanfplantagen. Ah, was man alles braucht hier. Meine Güle. Absolut nicht vorbereitet. So, drei und vier. Dann brauchen wir noch eine weitere Hanfplantage hierhin. Dann sind wir glücklich. Eins, zwei, drei und vier. So, nehmen wir da, wir stehen ein wenig im Holzfäller, die Show, aber das ist egal. Das ist mir jetzt egal. Wo ist das Markthaus? Irgendwo hier. Da ist das Markthaus. Okay. Bauen wir hier wieder Steinstraße. Oh, wir haben den Feind niedergerungen? Oho. Na, das überrascht mich jetzt. Wie lautet euer Befehl? Ja, wir stehen zur Verfügung. Das ist doch sehr schön. Euer Befehl? Ja. Okay, äh, ihr zieht euch bitte zurück. Ja. Da, diese Garnison ist jetzt eh gefallen. Da können wir nichts mehr machen. Eure Anwaltung. Vielleicht hätte ich auch von Anfang an meine Verteidigungslinie viel weiter hinten bauen sollen. Hier, bitte alle auf den... alle da drauf schießen. Das wäre besser. Dass wir diesen Tribok erstmal wegballern da. Das wäre mir am wichtigsten. So, hier ist nichts bislang, ne? Kein Großwesier oder so, ne? Nö. Warum auch? Wo sollte der denn... Wo sollte der denn sein? Schickt bitte Hilfe zum Großwesier. Der ist aber nicht auf dieser Karte. Der ist irgendwo in der anderen Welt. Hm, ja. Hab da Pech gehabt, wenn er den nicht findet. Hm, da, da, tschüss. Ich hätte jetzt gedacht, okay, hier ist so eine tolle Wüstenstadt. Die ist vom Großwesier, aber nö. Okay, ganz ehrlich. Da kommt jetzt die nächste Transportbesatzung. Jetzt hab ich echt ein Problem. Mittlerweile hab ich echt ein Problem. Ich hab jetzt gedacht, okay. Sieht noch ganz okay aus. So ein riesen Lager greift da an. Oh, okay. Ich werde euch ein für allemal von dieser Herde tilgen. Oh, die ziehen sich zurück. Oh, sehr gut. Dann kann ich meinen Leuten auch schnell zurückziehen. Dann kann ich mich auch noch schnell zurückziehen, weil ich brauch das Gold. Ähm. Okay. Wir kriegen auf jeden Fall ein bisschen probierend. Eure Anweisung. Können uns dadurch ein bisschen heilen. Wir stehen zur Verfügung. Hoppuh. Jo, da kommen die nächsten Herlager. Wo, wo soll der denn sein? Meine Güte. Ich hab doch jetzt schon echt, ich hab doch jetzt schon alles aufgedeckt. Nur hier war ich noch nicht. Und ich glaube, es kann ja nicht sein, dass direkt hier sitzt. Das wäre ja schon sehr lächerlich. Schick dir für zum Großwesier. Ich könnte theoretisch rüberrufen, aber nö. Macht euren Frieden mit Gott. Wenn ich... Ja, denn du bist Gott. Ja, ist klar. Okay, steht hier nichts noch irgendwie. Dann aktivieren sie den... Aktivieren sie die Nachricht in einem ihrer Schiffe. Ist nicht dein Ernst. Das Schiff bricht auf. Lasst uns beten. Ist nicht dein Ernst. Ach Gott. Okay. Ich hab mich wieder zu doof angestellt. Ähm, hier? Ihr Schiff hat sich auf eine Expedition... Ach so. Ah, okay. Das ist mein Schiff. Direkt. Okay. Ah, zum Glück war ich direkt am Kartenrand. Das ist ja schön. Sie sind im Kampf unterlegen. Ja, das hab ich mir gedacht. Dass wir da unterlegen sind. Das sind mir auch ein bisschen zu viele Lager. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, aber das hier kriegen wir noch kaputt. Diesen Trebuchet. Den kriegen wir noch down. Yeah, den haben wir down gekriegt. Okay. So, wir sollten nicht auf verschiedene Leute feuern. Sondern erstmal auf die hier vorne alle. Okay, da kommt ja zum Glück gar keine große Armee an. He he. Das ist ja ganz entspannt. Haltet aus. Ich bin bald bei euch. Okay. Lass mich und meine Mordsbuben in der Schlacht mitmischen, verdammt. Okay. Du darfst gerne mitmischen. So, wir müssen auf jeden Fall hier weiter kämpfen. Was nun? Oh je. Achso, warte. Wir schicken die weiter nach vorne. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Okay. Zehn Minuten. Dann kommt Al-Sahira an. Na gut. Aber dann kommen auch nur Schiffe, ne? Damit kriegen wir wahrscheinlich nicht alles erledigt. Losius-Turken kämpfen. Sie besessen. Sie werden uns ein. Da wird natürlich trotzdem noch fröhliche Unterstützung kommen, denke ich. Die haben jetzt schon ziemlich viele Herrlager hier. Aber na gut, wir dezimieren sie zumindest ein bisschen, glaube ich. Nicht großartig, aber naja. Ein bisschen. Alle druf da. Alle auf sie. So, die Schiffe von Al-Sahira hier kommen gerade passend zum Ende der Folge dann. Das ist doch schön. Und wir werden hier auch nochmal ein paar Leute dazu holen. So. Machen wir hier unsere letzte Stellung. Und die brauchen auf jeden Fall noch ein paar Rationen, ne? Okay, also Holz haben wir jetzt genügend. Wie mir scheint. Wie mir scheint, haben wir genügend Holz. Was haben wir hier? Druckerei. Ach, da haben wir kein Indigo. Weil aus irgendwelchen Gründen natürlich unser Hafen dort nicht mehr erreicht wird. Aber noch haben wir tatsächlich genügend Leute. Das finde ich interessant. Wir haben immer noch nicht genügend Hanf. Okay, ich brauche irgendwo noch Platz, wo ich noch Hanf bauen kann. Hier könnte ich Hanf anbauen. Machen wir hier so. Und so. Und so. Und dann noch eine weitere Hanf-Plantage. Oh, da fehlt es mir dann an Gold für. Okay. Haben wir denn... Kein Schiff in Reichweite. Achso. Ja gut, das ist dann auch doof. So. Most haben wir jetzt... Gute Menge, ne? Most ist jetzt bald voll. Hanf hätte ich natürlich eher schon mal drauf gucken können. Wir kriegen noch ganz gut Gold. So, das kann ich eigentlich auch mal zumachen. Das ist jetzt schon seit Ewigkeiten auf. Ähm, ein Baum. Man kalt keines ihrer Gebäude an. Ja. Das habe ich mir schon fast gedacht. Hier, da drauf schießen bitte. Auch die hier schießen. Okay. Nun gut. Einer ihrer Betriebe stellt keine Warn. Das werden wir bald aufgeben müssen. Guck mal hier. Hier, auf den schießen. Schießt auf diesen Trupp hier. Boah, ja kommen die ganzen Trupps hier angeschossen. Okay, das sind doch einiges, einige Armeen. Aber vielleicht kriegen wir diese kleine Armee hier noch. Verlichtet zumindest. Wir halten sie hier ja auch relativ lange auf. Das ist ja doch sehr angenehm. Ähm, Schwertfisch ist wieder da, ne? Dann könnte ich doch jetzt hier mal die Schiffbrüten hier umsetzen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Steinmetzüter. Also. Oh. Da ist ja auch nicht mehr viel im Steinbruch. Ha. Bald ausgereizt. Au, wir kriegen... Au, wir kriegen... Au, wir kriegen Rohstoffe. Dann kann ich hier mal... Ein... Ich kann auch dann nochmal eine weitere Webstube bauen. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. So. Bauen wir nochmal eine Webstube. Und dann haben wir hier... Oh, das geht ja schnell mit dem Probieren. Das geht ja ziemlich fix. Sie haben einen Kampf verloren. Ja, der Wachtturm. Jawohl. Der Wachtturm ist draufgegangen. Auf, ich bin der Anfang und das Ende. Ist gut. Oh. Was ist denn hier? Gut, die müssen wir jetzt erstmal hier platt machen. Gut. Ist so ein einfacher T-Bock, der da einfach rumsteht. Na gut. Der wird jetzt einmal schnell zerlegt. Wir sind bereit. Dann hat sich das... Okay, wir haben wieder 1.000 Goldmünzen. Das heißt, wir könnten ein weiteres kleines Lager bauen hier. Äh, Wachtturm, Quatsch. So. Sie legen ihre Lager jetzt schon hier nach vorne. Aber das ist okay. Hier sind tatsächlich... Die sind noch im Kampf hier, ne? Geil. Und diese kleine Armee haben wir auch gleich tatsächlich geschlagen. Oh, das hätte ich ja nicht gedacht. Dass wir die klein kriegen. Dass wir die echt zermürben. Feuer verwüstet ihre Stadt. Feuer verwüstet ihre Stadt. Sie haben einen Kampf verloren. Ja, aber egal. Komm, diese kleine Armee, die machen wir noch platt. Die ist, die ist gleich down. Hä, wo ist er denn? Hier. Da, die ist doch gleich down. Ja, na bitte. Zack. Wieder ein Lager zerstört. Wieder eins weniger. Haha. Okay. Triebock hier. Okay. Das können wir uns nicht bieten lassen. Achso, da muss ich erstmal warten. Bis wir hier zurück sind. Oh, jetzt kommen sie hier richtig... Oh, jetzt... Jetzt legen sie sich aber richtig los. Jetzt kommen sie hier mitten in die Siedlung rein. Okay. Können sie denn da angehalten? Achso, die könnten da dann auch direkt gleich angehalten. Eure Anweisung. Okay, machen wir erst den Triebock fertig. Und dann kommt der Rest. Jawohl. Okay, sehr schön. Ja, Folge ist auch gleich wieder vorbei, aber wir warten noch auf die... Nein, wir warten nicht auf die Ankunft von Allzeiten. So, was brauchten die da unten? Zehn Tonnen Seile und Zehn Tonnen Werkzeuge. War das richtig? War das so? Ja. Okay. Dann kommt mal... Dann kommen wir mal hier vorbei. So, ich hoffe, die Schiffe schießen uns dann nicht ab. Aber ich glaube, das sollte schon funktionieren irgendwie. So, da wird attackiert. Da wird auch attackiert. Das läuft sehr gut. Euer Befehl. Achtung. Ja. Na, schlacht. Wir sind Kreuzfahrer, reiben uns. Niemand reibt uns hier auf. Vergiss es. Wir machen das locker weg alles hier. So, hier können wir im Moment leider noch keine weiteren Sachen produzieren. Okay. Ja, aber es füllt sich an wie nicht. Es füllt sich das Lager. Das ist doch schön. Dann können wir jetzt hier wieder noch eine weitere kleine Armee. Aha. Wir verteidigen. Was nun? Achtung. Wir verteidigen. Wir verteidigen. Welch furchtbare Nachrichten. Natürlich komme ich euch zu Hilfe. Die Flotte ist da. Bitte? Mit einem Handelsschiff? Wieso mit einem Handelsschiff? Ich dachte, da kommen jetzt Kriegsschiffe. Ja, toll. Das ist natürlich jetzt nicht das, was ich mir vorgestellt habe irgendwie. Ich habe da ehrlich gesagt an bessere Hilfe gedacht. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr hin. Naja, gut. Dann schauen wir mal. Und dann werden wir mal gucken, was wir da weiterhin machen müssen. So. Hier werden wir jetzt ja attackiert. Ja. Aber das sieht doch ganz gut aus. Das kriegen wir doch hin hier. Das werden wir doch verteidigen. Ja. Habt ihr uns tatsächlich Seile mitgebracht? Ja. Dass ihr uns gerettet habt. Na klar haben wir euch Seile mitgebracht. So. Hier mitzwaren. Alle verteidigen hier. Wir sind doch eigentlich genug Leute. Warum verlieren wir diesen Kampf denn bitte? Wir werden diesen Kampf doch wohl nicht verlieren. Wir sind doch mehr als genügend Leute hier. Hä? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Nun gut. Aber wir beenden hier die Folge. Ich hoffe es hat euch soweit gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020